Hallo Miltank. Miltank geht zu Maho. Hallo Maho. Miltank mag dich sehr. So, wie geht's wie steht's? Kugummilch von der Ohanafarm ist wirklich so die beste. Ich glaube wohl kaum dass es eine Kugummilch ist von der Ohanafarm, aber okay. Ja, ich glaube Wetzwald und ich schenke weiß an was ich gerade gedacht hab. Geschenk. Das ist Park. Der unnötigste Pokémobilding, ehrlich gesagt. Warum hat man das Itemradar rausgenommen? Ja, das ist XY oder das ist sowas, was so nice. Oder das ist Gen 5. Das war auch mega. Und das war Gen 4 war Crap. Sowohl er hat Kultionszimmer als auch Diamantperl. Er hat wirklich ein schlechtes Itemradar fand ich. Ich habe einen neuen Encounter und es ist dein Pambuli. Geil. Kugelball. 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 Superball. Los komm. Pambuli. Du bist auf Akala einer meiner verletzten Pokémons. Das ist dich nun mal irgendein Drachenhut getötet hat, wo ich fangen wollte. Aber du bleib drin. Sicher ich dich wieder. Freust du dich denn nicht? Doch, natürlich freust du dich. Pambuli. Pambuli wurde ein Tanzblume. LTP. Geil. Ja, ich will es gleich auch schon wie Sonne und Mond nennen. Seitdem ist es männlich, ne? Weil damals was ja ein Reibes ist. He 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 he. Ja, dann fischst du dich mit dem Ding spitzen. Und es ist männlich. Okay. Dann nenne ich es nicht Ferdinand wie ein Sonne und Mond, sondern Ferdinand wie ich es damals ursprünglich nennen wollte. Ferdinand. 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 Beobsch then,ổist Ferdinand. Ferdinand. Meiner der Entste臺ers von Ferdinand und Macra, Sebastian, Ferdinandactiv. Ferdinand. Ich sag besser nix dazu. Und ich hoffe du kennst Freunde, weil du in Haare tanzt und eine Blume irgendwie weh tust. Boah. Normalerweise würde ich jetzt einen Seller nach vorne machen, ne? Für die Pokofüchten. Aber ich soll dann zu oft Dingens benutzen. Und hier drin ist, genau, hier drin ist es die gute Pension. Und hier bekommen wir ein Ei geschenkt, woraus ein Eboli schlüpft. Zumindest war es in so einem Kmonzu. Haben wir ja auch genutzt für die Darabah und der Pokmeli ja so dabei. Aber, ja komm, wir nehmen es. In meine PC-Box kommt es. Schrecklich mal ausputen, wenn ich mal grinde. So nebenbei gehen und zu verlieren. Dann würde ich da einen Simsal ablegen und... Vielleicht die Klappe Rotom. Ich hatte gerade... Ich, ähm, Rotom... Weil schon das Stadt, wenn Pokonel ist gut. Ne? Denn bei dir drunten wärmen... ...wird der Weg von Mogelbäumen bewerkt. Also wissen wir hier weiter. und Tatsuk gedacht sich auf der nächsten oh nein, ein Legkampf oh nö ich will jetzt so ein Legender Doppelkampf weil Leute, ich muss wissen, Doppelkämpfe in Gentile die Legen ist tot oh nein Schaumwolle müsste nur noch nicht fehlen eigentlich Tanzbunnel kann ich viele wie ausgestiegen also Simsalam? nee, komm warum mache ich denn seine Schimmerfülle? nee, John Cena John Cena Carlin, Feuerschlag ja wiegt er wie ein Baumwoll weh, das klingt ja nicht 5 Stunden fast 5 Stunden fast 5 Stunden ja du hast neid wachst du das darfst du wachst wachst du So, Macholo macht Feuerschlag auf Zaumball Und du mein Lieber, du machst einen Eisensprall auf Lill-Medic Du solltest auch was zu boosten, ey Komm, zipp' auch mit deinem Eisensprall los Ich habe heute noch vor, die Prüfung zu machen, also Aber bitte, bitte, bitte. Ich mach nur. Ich kann es nicht darum, es geht. Jo, mit dem beginne ich, ich würd sagen, ich beginne mit... Ja, meinst du, bei Discus, der Kampf gegen Gladius sei... Hm, nicht wahr? Boah, Tali und Gladio, ja... Gladius bin ich ein besserer Rivalarzt, Tali. Gladius ist ein geiler Charakter. Boah, die Kampfmusik ist natürlich geil, Gladius ist ein besserer Charakter. Ja, das ist super. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Warum ist das so, dass ich mir so gut hab? Oh, so richtig, das müsste ein Soho sein, ne? Jo, ist ein Soho, geil. Geil. Und vielleicht kommt einer, vor dem ich sehr Angst hab, und vor dem ich sehr Respekt hab, und vor dem Signatur-Pokmon von die Gladius. Und damit meine ich nicht zufahrt. Wenn das jetzt ein wirklich richtiges Zufahrt ist. So ist das dein letztes Pokémon, das ist mega krass. Und da werde ich auch mal Rollung machen, und hoffen, dass ich kein... ...hiss, durch technische Filz bei der Herde. So. Hm, super, das schon mal geliebt. Nice. Typ Null. Ja, Typ Null. Ja, Typ Null. Ja, Typ Null heißt. Typ Null ist ein sehr starkes Pokémon, als Basis-Pokémon. Weil das Ding hat, ähm, ich glaub, jeden Basis-Set auf 90. Hm. Und macht dadurch mit dem Tackle, des Steppes, von Schaden. Tackle macht... ...macht nicht so viel, wie ich gedacht hätte, what the fuck. Ich glaub, ich mach die Leute im Karate-Schlag. Ich glaub, ich mach die Leute im Karate-Schlag. Nicht der Tisch, sonst muss ich... Ich glaub, hier schneller sein, schon mal. Komm, Kripp. Kripp, 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 Kripp. Das ist definitiv mit Null. Nice. Haben wir das Ding sogar sehr schnell gesiegt? Hätt ich nicht gedacht. Was? Sonst die Nuller sind 21. Hm, Abschlag. Uh, Abschlag, der nice. Abschlag ist nice, Abschlag ist nice. Super Art. War schön mit dir, aber buchstete Sehstärker. Und Abschlag ist geil. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. hmmm 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 ach, jetzt kommt ein Rügel jo, Digger, was geht denn ab, ey oh, ihr klappt, das tut erinnert, du, 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 blablab Alter, hört auf, glaube ich, dass du Disney erst hundertmal stärker war als ihr hmmm 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 jo, wir sind jetzt nicht boah, halt die Klappe Rübelin boah, ich würde sagen, sie könnten die Prüfung noch schaffen in der Zeit nicht mal war nett nicht mal war nett hmmm 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 hmmm